Moin, liebe Trickser und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute eine Wer-Würde-Er-Challenge mit Lello Labello und meinem Bruder Tobi Berghi. Ach, das ist schon aufgehoben. Ja? Ach, das läuft schon. Das wird jetzt... Wir haben einen Zettel vorbereitet. Ja! Leo hat die wunderschönen designt. Meine sehen so aus. Das ist Leo. Das ist Tobi. Alter, einfach mega perfekt einfach. Äh, Matti. Das ist ein Tobis Zettel. Leo der Beste. Tobi der Echteste. Matti, der andere Zettel ist. Andere Zettel. Ja, Digga. Dann haben wir hier einmal den Leo. Das bin ich. Und der Tobi. Und das ist der Tobi. Und die sehen einfach wirklich aus wie wir. Okay, dann würde ich mal sagen, lass uns losdrehen, oder? Na klar, machen wir. Ihr habt uns auf Instagram, ganz spontan, gerade innerhalb von ein paar Minütchen... Wie viel sind da reingekommen? Alter! Alter sind da viel reingekommen. Mega viele Vorschläge gemacht. Magic Niklas sagt nämlich... Grüße. Wer würde eher eine Woche... Was? Eine Woche seinen YouTube-Kanal vergessen? Was heißt vergessen? Also sich nicht drum kümmern und vergessen, dass man überhaupt YouTuber ist. Das heißt mit Antworten, wer ist der Interaktivste von uns, ne? Eins... Zwei... Drei! Äh... Du nimmst dich? Ich hab Lelolabello. Lelolabello. Ich war irgendwie ein wenig unschlüssig zwischen das Bein, aber ich hab halt auch diese Phase gehabt, wo ich monatelang ne Zokolade hatte. Ja. Ich hab immer die Phase, wo ich monatelang ne Zokolade hatte. Warte. Weird flex, but okay. Das war ein seltsamer Anfang. Wer würde eher mit nem Unterricht furzen, dann aber auch laut sagen, ich war's. Eins... Zwei... Was? Okay. Ich glaub, das ist relativ eindeutig. Ja, weil du auch so der Einzige bist, der das mittlerweile mit dem Moment nimmt und einfach sagt, huch... Ja, aber... Wenn du immer offen stehst zu einem, dann kann dir nichts mehr peinlich sein. Ja. Aber das Ding ist, er hat ja auch im Sporthorisch gefurzt. Das heißt, dementsprechend hat er... Weiß ich, Schuljahrsschuhe jetzt immer. Kennst du dieses Video von diesem... Wie nennen sich die Leute, die dich so einrenken? Achso, Physiopraktiker. Physio, Physio, genau. Physiotherapeuten. Physiotherapeuten, Physiopraktiker. Und er hat so'n, so'n, so'n dicken Dude. Achso. Eingeträgt und dann... Achso, ja. Oh, das ist ne interessante Frage. Wer würde eher ein Jahr ohne PC auskommen? Das ist ja mal keinem von uns gefühlt machbar. Aber wer würde am ehesten? Ich glaub, ich hab sogar ne Idee. Drei. Ich hätte jetzt... Yo! Weil du, der Traveller überhaupt bist. Richtig. Weil wir bei dir halt denken an, okay, work and travel... Hab ich ja schon gemacht. Ja. Ja. Hattest du da nen Laptop dabei? Ich hatte kein Laptop dabei, ne. Du hast doch also schon ein halbes Jahr ungefähr... Ich hatte nur mein Handy, genau. Krass. Ja, also, dann... Ja. Wer würde eher eine Rap-Karriere beginnen? Eins. Zwei. Drei. Hier ein kleiner Ausschnitt. Aber wird bei jedem Trick geflasht. Auch die Magic läuft bei dir nicht rund. Wie dein Riffelfast. Du sagst... Interessant, was ihr uns hier einsendet. Ist ja geil. Wollt ihr noch was raussuchen? Ja. Ja. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ach ja, ich hab vergessen. Ich kann gar nicht lesen. Wer würde eher eine Familie gründen? Ja. Ja, das heißt am ehesten, wer von uns als erstes dran ist. Warte, aus dem jetzigen Stand, ne? Ja. Von uns drei. Ja, aus dem Stand von vor zehn Jahren, oder? Ja, genau. Eins. Zwei. Drei. Jo. Jo. Hast du ja schon quasi ne Familie. Jo, eben. Dormundekind, Alter. Jo. Und das ist auch sehr auskrieglich. Ist auch eigentlich, die Leute auch sagen. Ja. Fortneits Solo Sieg holen. Fortneits Solo Sieg? Ja, ja, ja. Ist ja klar. Ja, moin! Einfach aus Spaß. Einfach aus Spaß. Zieh weg! Ich hab noch nie Fortnite gespielt. Das war jetzt Stuhl. Das war jetzt Stuhl. Während er in einem Video einschlafen, also wahrscheinlich während man ein Video dreht, einschlafen. Einschlafen? Eins, zwei, drei. Okay, ich bin gestern... Es hat jeder wen anders. Es hat jeder wen anders. Ich bin jetzt der aktivste... Nein, du bist immer so. Arz, bist du bereit? Warte, hab ich Lippen schon an 10? Nein. Why are you gay? Why are you gay? Aber Leo ist immer der... Stimmt, Leo ist schon... Doch, stimmt schon, ja. Ich hab nur gedacht, du bist halt immer so überarbeitet, weißt? Deswegen... Ah, okay, interessant. Aber wenn ich müde bin, dann bin ich ja wirklich müde. Ja, ja, eben. Deshalb, gestern saßen wir noch bis 4 Uhr oder so am labern und Leo war halt irgendwann so... Und er so, ja, spielen wir jetzt noch eine Runde Mario Kart? Ich so, Leo, bist du noch wach? Er so, nee, ich bin echt schon am Schlafen. Spielen wir noch Mario... Und dann... Und dann um 5 Uhr war ich selber. Ja, toll. Und ich war so platt. Ich war mitten im Gespräch. Ich war... Wir haben... Wir haben geredet, wir hatten ein Dreier im Gespräch. Ja, eine Dreier. Mitten im Gespräch und plötzlich war ich einfach so... Ich war einfach... Ich war so müde. Aber du warst nicht so, sondern warst... Ach so. Ich hab zu Tobi gesagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das ist so ein typisches Sitcom-Klischee. Wenn jemand einschläft, direkt anfängt zu schlafen. Ich dachte, du machst das als Scherz so. So nach dem Motto so, Leo... Aber nein, es war halt wirklich so. Ja, aber Vanessa sagt mir das auch oft. Ich spreche noch. Auch wenn ich schon eingeschlafen will, red ich noch mit einem. Sie fühlt immer Unterhaltung mit mir und ich mach dann immer so... Ja, ja, ja. Aber ich bin schon im Tiefschlaf gefühlt. Ja. Ja, ja. Wir haben in Silvester... Wie heißt dieses Spiel? Heißt das Magic? Sind das diese Karten? Ja, Magic. Magic the Gathering. Wir haben Magic gespielt und ich war irgendwann so müde, dass ich im Sitzen eingepennt bin. Und sobald irgendjemand eine Frage an mich gestellt hat, hab ich gesagt, nimm den Drachen. Dann hat er den Drachen gespielt, obwohl ich wirklich in Gedanken ganz woanders war. Hast du dich denn mal erinnert an? Danach bin ich aufgewandert und hab gesagt, warte, hab ich gerade einen Spielzug gemacht? Das war richtig krass für mich. Das ist ja voll creepy. Das ist also... Wenn man im Schlaf... Wenn man so im Halbschlaf ist, dann macht man unterbewusst wirklich noch so Aktionen. Das hab ich dann auch gemerkt. Das ist voll krass. Krass, ey. Ja, okay. Das wollte ich nur anmerken. Ich merke immer, wenn ich so interessiert, was ich erzähle, dann fang ich mal an zu rufen. Tobi, gib uns. Wer würde sich den anders langen Vollbart wachsen lassen? So einen richtig langen Vollbart? Ja, so richtig. Einen anders langen Vollbart? Einen anders langen, ja. Einen anders lang. Eins. Zwei. Ich hab... Du hast Tobi, du hast dich selbst und ich hab mich selbst selbst. Ich hab... Mein Gedankengang war nämlich, dass du viel zu gepflegt bist. Du würdest irgendwann sagen, nee, das sieht ungepflegt aus. Und Leo wär eher so der Typ, der sich sagt, ja, ist egal, wie ist es außer Hauptsache so ein Bart, weißt du? Okay. Also, das war so meine Einstellung. Das heißt, wenn ich gedacht hab, ich würd's gern mal ausprobieren, wissen, wie es wirklich ist, wenn ich mal... Ich auch, wenn es bei mir wachsen würde, richtig. Dann würd ich auch gerne mal... Einmal halber so ein richtiger Bart. Ey, Martin, bei mir wächst das ja auch nicht richtig. Das wächst nur hier und hier. Ja, bei mir ist es in der richtigen Farbe. Bei mir ist es hier rot und hier blott. Stimmt, du bist rothaarig da unten. Wie krass ist das denn? Und hier blond. Du bist ja ein halber Ginger. Ich hab keine Seele. Okay, nächste Frage. Du hast eine halbe Seele. Ich hab vor zwei Jahren das mal ausprobiert, da hatte ich wirklich so zwei Zentimeter und das war schon mal richtig... Richtig? Ich weiß nicht, ich erinnere mich ja. Du warst so... Es kratzt... Von ungepflegt sieht das bei mir mal aus. Keine Ahnung, ich hab so ganz komische Haare. Wer würde eher? Was? Äh... Bist du... Legst du auf das Licht aus? Oder mein Französisch hier? Ey Leute. Tolle Baguette. Wie das aussieht. Äh... War... Okay Leute. Achtung. Es wird jetzt... Das hab ich ja noch nie gesehen. Entschuldigung. Wer würde eher seinen YouTube-Kanal löschen? Er würde einfach so freiwillig seinen YouTube-Kanal löschen. Boah. Das ist schwer. Eins. Zwei. Drei. Ich halt kein Schild hoch, weil das würde kein YouTuber in der Welt übers Herz bringen. Nö. Du sagst dich und sagst auch Tobi. Einfach aus Prinzip... Äh, nicht aus Prinzip. Einfach aus dem Grund, weil ich mir denken würde, ja okay... Neuer Anfang, oder? Ähm... Ne, so... Ich hab jetzt grad im Sinne gedacht, vielleicht, dass ich das nicht ganz mit meinem Alltag doch mal unter den Hut bringen kann später. Wenn ich jetzt beispielsweise doch einen hauptberuflichen Job hab, aber ich möchte YouTube nebenbei machen, das ist viel wichtiger, gerade wirklich den hauptberuflichen Job zu machen, so. Dass ich mir dann sag, okay... Aber dann kann man ja inaktiv sein, aber man löscht das ja nicht. Zweitensweise, ich wirke dann dafür für andere Leute somit, weißt du? Ja, das war eine coole Weg. Okay, okay, ja. Also das geht ja immer dann. Ja, aber man löscht den dann ja trotzdem nicht. Man lässt die Sachen halt inaktiv online, ne? Ja, aber jetzt explizit. Ja, ja. Aber ich... Willst du deinen Kanal für eine Million Euro löschen? Nö. Alle deine Videos löschen, also komplett löschen? Boah, nee. Nein, nein. Niemals, niemals. Das würdest du nicht machen. Nicht mal für 10 Millionen würd ich das machen. Nicht mal für 10 Millionen? Das ist meine Geschichte. Würde ich nicht machen. Das ist meine Geschichte. Ja, ist so, ist so. Das ist mein Lebenswerk. Würde ich niemals machen. Ja. Aber meine... Diepe Frage, aber. Sehr diepe Frage. Jetzt ist die Stimmung hier, komm. Lass mal, lass mal ein bisschen... Lass mal... Lass mal noch weiter runter. Lass mal noch weiter runter. Was haltet ihr vom zweiten Weltkrieg? Wer würde jemanden umbringen? Ja. Wer würde jemanden um... Wer würde er einen Tag lang nichts tun? Was heißt denn nichts tun? Was ist das? Einfach nur rumsitzen. Einfach nur nichts machen. So 0, nix. 3, 2, 1. Was heißt ich? Hallo. Hiiii. Sind wir uns gerade einig, dass ich das... Hä, wieso sind wir... Hä? Wir sind uns einig. Einfach aus Blube. Cool. Die Frage ist, wer würde er einen ganzen Tag lang komplett gar nichts machen? Ja. Und alle halten Matti hoch. Ja. Ja, weil du... Ich würde auch hochhalten. Nee, ich würde dann... Ich würde dann so in meinen Gedanken... Ja, weil du deinen Gedankenpatterst wieder bist. Genau. Richtig. Guck dir mal Leos Zettel an. Guck mal, das ist Matti. Das ist Tobi. Das sieht so glücklich aus wie Tobi. Das sieht wirklich mega cute aus. Also ich habe das im Prinzip im Urlaub eine Woche lang gemacht. Das tat so gut. Ja, das ist geil. Ja, schweben und wegfliegen. Ja. Leute, machen wir mal eine lustige Gefahr. Wer würde eher den anderen ins Gesicht furzen? Das wäre ganz klar, ja. 1, 2, 3. Du machst das nicht. Der macht das schon. Nein, ich habe noch nie eine Menschen ins Gesicht gefurzt. Doch. Nein. Dir? Was? Als Kinder? Safe. Ja. Nein, nicht in der Gesicht. Du hast dich mal umgelegt und hast immer so gemacht. Was ist denn mit dir? Okay, warte. Das musst du rausstellen. Nein, das bleibt sowas von drin. Zensierend. Nein, mit dem Furz drin ist, dann haue ich dich kaputt. Ohohoho. Fuck. Cool, Rami. Hallo, du lässt den Furz aber bitte raus. Boah, fein. Wir lassen aber nicht rein. Natürlich, dass ich den fände. Zensierst du aber. Nein, warum? Du den zensierst. Dich? Wer würde eher Veganer werden? Oha. Eins, zwei, drei. Liegt ja nahe, Leo, ne? Wow. Ne, ich sitze nahe, ne? Ist ja... Ja, Leo ist ja schon Vegetarier. Von daher ist der Schritt zum Veganer für dich am schnellsten. Aber ich habe auch bei mir überlebt, weil ich... Ich auch. Nein, dafür lieb ich zu sehr Fleisch. Nein, ich esse sehr wenig Fleisch. Wer würde eher eine Woche lang nichts essen, sondern nur trinken? Jemand, der lebensmüde ist. Oder... Muss ich wieder zensieren. Okay. Jetzt hast du gecheckt. Drei. Ja, ist halt bei dir so eine krasse Diät, weißt du? Genau. Das wäre dann so ein... Oh, bestimmt nehme ich dadurch auf. Leute, macht sowas nicht. Ist voll ungesaugt, aber ja. Aber ich würde das mal... Ich esse tatsächlich wirklich. Manchmal esse ich sehr lange einfach gar nichts. Wobei ich könnte das vielleicht... Ne, würde ich nicht. Sollen wir noch so zwei, drei Fragen machen? Ja, machen wir mal so ein paar... Alter, sind das viele Fragen. Ja. Viele Fragen. Hier gibt es zwei Testen. Oh, da bin ich eigentlich. Oh. Wer würde eher mit Haien schwimmen gehen, ohne Käfig? Boah. Das ist doch eine weirde Frage, Alter. Das ist doch eine weirde Frage. Ja, Grüße gehen raus an Hoxie. Hoxie? Mhm. Boah, das ist schwierig. Warte. Zwei. Drei. Ich habe mich. Ich habe Tobi. Und ich... Mein Gedankengang war... Okay. Auf keinen Fall schon mal Tobi. Ach so. Also ich bin... Weil wenn Tobi vor etwas Angst hat, dann ist er so... So direkt nein. Echt? Ne, das... Ich habe jetzt nicht... Ich glaube nicht, dass du Angst vor Haien hast. Ich habe schon sehr Respekt vor denen. Ja, Respekt hat glaube ich aber jeder. Aber das Ding ist, ich bin schon... Ich war ja jetzt vor einem halben Jahr, fast ganz im Jahr wieder hier... Schnorcheln. Richtig. Und da war mir schon richtig unangenehm, weil da so ein bisschen klein... äh... Weil ich schon kleine Fische irgendwie... Neben mir geschwommen sind, weißt du? So aporette, Digga. Du bist ein kleiner Fisch. Ich? Ein Fischler. Weil du schwimmst und du spielst halt an deinem Körper, dass da Fische so sind. Ja, ja. Und wenn du dann eben so fetten Hai schwimmst, Digga, was muss das für ein Gefühl sein? Ja, aber der streift ja nicht sich deinen Körper entlang. Das ist trotzdem... Ich kann trotzdem nicht probiert sein. Also David Blaine hat es gemacht. Dann schon lieber Delfine halt erstmal. Wow. Du weißt mit dem... Ja, Delfine würde ich sogar machen, ja. Das stelle ich mir ganz cool vor, so. Delfine ist ja auch heiß. Wenn du so kleine Delfin-Bros hast und dann mit denen zusammen so... Ja, Leon, was hast du mir jetzt damit gemacht? Ich hatte dich, Tobi, weil ich dich nicht gut kenne und Matti vernünftig ist. Ich hab bei Matti aber auch gedacht, dass er vielleicht Zuckerpock auf sowas hätte. Ich, ich... Ja. Echt? Du würdest das machen? Ich glaub, wenn man mich ein Jahr lang versucht zu überreden, würde ich es machen. Also ich hab mich schon zu sehr krassen Sachen überreden lassen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich mich jetzt trau. Okay. Wer würde eher ins falsche Flugzeug steigen? Hä? Aus... Achso, aus Versehen. Eins, zwei, drei... Äh, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt Matti gesagt. Eindeutig, Tobi. Okay. Na gut, das weißt du nicht. Aber es gibt da eine gewisse History von... Das hast du wirklich schon mal gemacht? ...von falsch einsteigen... Achso, mit Busmannsen. Ja, mit falschen Busse und Zügel und so. Ne, Tobi? Aber manchmal ist das halt total komisch ausgeschildert. Echt? Weißt du einfach nicht... Ist das jetzt der wirklich den Du... In Deutschland doch nicht. Einscheinlich? Wenn ich jetzt alleine fliegen müsste... Ich glaube, ich würde wirklich einfach stumpf mal aus, wenn sie halt überall stehen. Stimmt. Ich krieg dich los bei sowas. Ja, ich hab noch eine letzte Frage. Frage. Und die ist ultra weird. Okay. Wer würde eher erbrochenes essen? Ob das was auf dem Boden liegt oder wenn du was... Ja, hab ich so gekriegt. Ich frage. Und du hast dann noch Reste im Mund. Ah, hör auf! Das kann ja auch sein. Nein, ich würde schon sagen, es muss den Körper komplett verlassen haben. Boah. Oh. Warte, wer hat sie dir eingeschickt? Warte. Da lese ich jetzt sogar den Instanamen vor. Du bist ja doch überkrankt. Und zwar... Sie gehen raus an. Unterstrich xmagic unterstrich chris unterstrich. Chris, der Victoria. Warte. Ja, der macht sogar Videos auf Insta, ja? Schau mal bei dem vorbei. Und lass mal bitte Likes bei ihm da. Schreibt, du bist ein kranker. Und mit dem mal... Ich hab 50. Tobi, ich kann dich überhaupt nicht einschätzen in der Hinsicht. Bist du... Bist du ein kleines Ferkel? Bist du ein kleines Ferkel? Hi. Hi. Leo? Leo? Ich hab irgendwas genommen, man. Ich hab Mati. Ich hab Mati genommen. Und ich glaub, das ergibt sogar Sinn mit Mati. Ich zieh einfach mal die Work and Travel Nummer. Ja, wenn du Hunger hast. Ja, wenn du Hunger hast. Und eine Woche nächste Woche zuerst handelst. Stimmt, ich esse wirklich jede Scheiße. Besonders wenn ich Geld sparen würde, würde ich jede Scheiße. Also so Dosen Ravioli, Deluxe. Boah. Und die Tuten, diese ekelhaften Hutschen. Und dann ist die billigsten. Boah. Aber trotzdem ess ich die. Und warum habt ihr jetzt beide Mati genommen? Weil Mati... Weil ich ein kranker Typ bin. Weil Mati krank ist, genau. Ja. Er ist einfach geistig komplett anders. Nee, mein Gedankgang wär so gewesen, irgendwie stell dir vor, es wär so mega der lustige Abend. Oder schon drei Uhr nachts oder so. Und du bist so mit zehn, wir sind so mit einer Bande, so mit zehn Leuten unterwegs. Und dann kotzt du. Und dann muss ich irgendwie kotzen. Und dann sagen alle aufessen. Aufessen. Und das wär so mega lustig. Ich glaub, dann würde ich sogar einfach, um euch alle zu ärgern, dass ihr alle so macht. Und damit ich dann so ein Family Guy Kotzreaktion auslöse. Bitte viel später. Nee, um so eine Family Guy Kotzreaktion auszulösen, dass ich das esse, damit ihr auch auslöst. Ja genau. Oh mein Gott. Genau so. Ich glaub, das würde ich machen. Dankeschön fürs Zuschauen. Es war ein sehr, sehr, sehr lustiges Video. Danke euch beiden, dass ihr mitgemacht habt. Die beiden haben natürlich YouTube-Channels, Instagram-Profile etc. Bitte. Links sind in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung. Danke an alle, die was eingesendet haben auf Insta. Oh yeah. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Euer Matti, euer Tobi, euer Leo. Und euer Zauberträger. Und der CD da hinter der Kamera. Und da ist ein Zauberträger. Was ist denn für ein Zauberträger? Genau. Irgendeiner, den du mit Schnitt machst. Ich verwandle Matti in Tobi. Flash! Ist das richtig? Ja. Cool. Tschüss. Cool. Cool.